Besuchen Sie Himmelsthal in den Schweizer Alpen. Genießen Sie die Ruhe und Abgeschiedenheit in diesem Paradies auf Erden. Ob Burnout oder Depression, renommierte Wissenschaftler und ein motiviertes Team werden alles tun, um Ihre Leiden zu lindern. Wirklich alles. Ich bin nicht Max. Ich bin sein Zwillingsbruder. Ich besuche ihn hier nur. Ja, natürlich. Willkommen in einer Welt, in der Gut und Böse nicht mehr zu unterscheiden sind. Willkommen in Himmelsthal. Ich bin Gott. Untertitelung des ZDF, 2020